Hednerd? Hallo zusammen, mein Name ist Zitronenwurst und willkommen zum ersten Vlog! Ich will ein paar Überlegungen äußern, wie der Channel in Zukunft aussehen soll. Und zwar habe ich mir überlegt, den Channel Stück für Stück ins Englische zu bringen, weil ich in drei bis vier Jahren in die USA will. Von daher ist es mir wichtig, durch diese Sprachumstellung des Channels schon mal etwas an Englisch Praxis zu kommen. Das Ganze wird dann im Englischen Streaming starten und danach werde ich schauen, wie das Ganze läuft. Außerdem möchte ich gerne wissen, was für Spiele ihr denn gerne sehen wollt. Ich bzw. wir wollen mehr mit euch interagieren. Bisher haben wir die Spielwahl eher so freie Schnauze gemacht. Und vor kurzem haben wir einen Vorschlag bekommen für The Forest. Danke übrigens an Heinz Peter für den Vorschlag. Und ja, so, das war's für den ersten Vlog. Ist zwar ein bisschen kurz geraten, aber, na, wie gesagt, erster Vlog. Schlagt einfach mal ein paar Spiele in den Kommentaren vor. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch zu der Englisch-Idee äußern. Äh, naja. Vielen Dank, dass du das Video eingeschaltet hast. Klick auf unseren Kanal, um zu sehen, was wir in der Vergangenheit so gemacht haben. Und wie immer, wir werden euch im nächsten Video sehen. Tschüss. Oh. Waaah! Hör. Hör! 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 Hör!